Servus Leute, ist heute euer Muscle mit einem ganz kleinen Infovideo und zwar mein Clan bzw. unser Clan InkProMod hat sich jetzt einen Channel gemacht und wir werden der Fail of the Week, Clip of the Week und die ein oder anderen Episoden und Team-Touches hochladen und vielleicht auch Tutorials. Wenn ihr Bock habt auf Cut4ProMod dann abonniert doch den Channel, würde mir echt sehr am Herzen liegen in dem Clan sind ich InkUrbs, RayD, Tactical, Jerome LLMM, ja das juckt euch zwar nicht, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben Jo, also wenn ihr Bock habt, schaut mal auf uns im Kanal vorbei Ich denke morgen wird das erste Video auch da kommen Also haut rein und danke fürs Zuschauen